Letzter Themenpunkt für heute, den hätte ich jetzt rausgelassen, sage ich dir so wie es ist, aber ich habe heute im Flowpro auf Twitter versprochen, dass wir darüber noch sprechen, deswegen müssen wir es jetzt einführen. U21, U19, Michael Gentner verlässt den VfB Stuttgart nach über 17 Jahren und wird zum 1. Februar Direktor Nachwuchsakademie des VfL Wolfsburg. Zuletzt war er hier beim VfB Stuttgart sportlicher Leiter und Manager der U21, hat da auch mit den Kader geplant, war eine seiner Aufgaben und die Frage, die der Flowpro gestellt hat und das wollte ich jetzt auch thematisieren, ist, ja, was bedeutet denn das eigentlich jetzt für die U21? Und ich finde, das ist ein kritischer Abgang. Erstens mal zu einem kritischen Zeitpunkt, der VfB 2 befindet sich voll im Abstiegskampf. Hat wichtige Abgänge zu verzeichnen. Du brauchst frische neue Spieler vielleicht dann auch, mehr als man zunächst dachte. Marc Stein, überraschende, ja, überraschende Abgänge. Und es kann natürlich sein, dass da Michael Gentner vorgearbeitet hat, das ist das eine. Aber normal hast du schon dann immer, ja, schon eine gewisse Dynamik in so Transferphasen, ja. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht doch dann vielleicht sich auswirken könnte auf die zweite Mannschaft. Und insgesamt war es halt wirklich ein absoluter Fachmann, den der VfB für die U21 hatte, der auch als Trainer viel Erfahrung hatte, der den Verein in- und auswendig kannte, der vielleicht dann auch wieder so eine Schnittstelle sein konnte zwischen neuen Ideen, Thomas Krücken und vielleicht zu Trainern, Mitarbeitern, die schon viel länger dabei sind und vielleicht ein bisschen eingefahren sind in ihrer Art und Weise zu arbeiten. Also da kann er Türen öffnen, weil er, glaube ich, schon sehr, sehr gut verstanden hat, auf was es jetzt ankommt. Also gerade auch so das Thema Scouting und so war das jemand, der, glaube ich, schon diesen Weg voll mitgegangen ist, den Thomas Krücken jetzt eingeschlagen hat und der da auch wirklich jemand war, der da viele Dinge gut vermitteln konnte. Und immer wenn man Michael Gentner mal irgendwo zuhören durfte, da bei Leaks mal so einen kurzen Gastauftritt und auch so am Rande konnte man manchmal Gespräche mit ihm mitverfolgen, also heimlich gelauscht oder vielleicht auch mal direkt geführt. Und da fand ich das immer sehr erhellend und sehr, sehr strukturiert, was er so erzählt hat und es wirkte einfach sehr, sehr kompetent. Und ich finde es immer schwierig, wenn der VfB gerade in diesem Unterbau solch wichtige Leute verliert. Ja, vor allem, weil er dann auch jemand ist, der diese berühmte VfB-DNA mit sich trägt. Wenn man seit 2004 da ist, zweimal abgestiegen ist, einen Reschke mitgemacht hat, der die U23 abschaffen wollte komplett und so weiter. Also der weiß ja, also der trägt ja die Erinnerung in sich, was beim VfB schon alles passiert ist und kann dann auch sagen, wir haben das schon mal versucht, das ist krachend gescheitert oder wir wollten das machen, aber es hat nicht funktioniert oder so. Und dieses Wissen geht dir natürlich komplett von Bord und das ist natürlich schade. Es ist ein absolutes Urgestein hier beim VfB Stuttgart und ich finde es schon schade, dass er geht, absolut. Also man hört natürlich immer viel, ja, Christian Gentner und was weiß ich und so. Aber du hörst eigentlich, egal mit wem du dich unterhältst, immer nur Gutes über die Gentner, die Gentners. Ja, ja, die Gentner. Hörst du eigentlich wirklich nur Gutes und das ist auch das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, wenn ich mal halbwegs direkten Kontakt irgendwie zu einem haben durfte. Jetzt muss ich immer, das schneiden wir raus. Ja, also ich finde es wirklich ein Verlust für den VfB. Wie schwer der wiegt, wird sich erst noch herausstellen, aber es stimmt mich nicht besonders positiv, dass er jetzt in Wolfsburg auf Pablo Thiam folgt, der ja noch im Sommer den Verein verlassen hat, also Wolfsburg zu Hertha ging. Das hing bei Pablo Thiam auch damit zusammen, dass Wolfsburg ja ihre zweite Mannschaft abgemeldet hat. Das fand er wohl nicht so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Michael Gentner wird da jetzt mehr oder weniger sich schon auch anders aufstellen müssen, weil es eben diesen direkten Unterbau in Wolfsburg nicht gibt. Genau, man hat quasi eine Partnermannschaft in Österreich, die das so ein bisschen puffern soll. Aber klar ist für ihn ja erstmal auch eine Art Karrieresprung, weil er hat sich hier beim VfB um die U21 gekümmert und jetzt kümmert er sich, wenn ich es richtig verstanden habe, Wolfsburg um die komplette Generalität oder Akademie, wie es bei denen heißt. Also das ist natürlich schon ein weitaus verantwortungsvoller Job nochmal und wenn er da die Möglichkeit hat und jetzt halt beim VfB die Möglichkeit nicht sieht, irgendwie einen Krücken zu beerben oder zu ersetzen oder man einen Krücken holt. Ich meine, er hat heute auch im Interview gesagt, die zwei haben gut miteinander zusammengearbeitet. Also das soll wohl kein Grund gewesen sein, warum er jetzt nach Wolfsburg geht. Aber klar ist das für ihn natürlich auch eine Karrierechance. Er wird der Krücken von Wolfsburg, kann man so sagen. Und klar, kann natürlich auch wieder alles miteinander zusammenhängen. Vielleicht hat man darauf spekuliert, dass der Krücken tatsächlich Sportvorstand wird, der AG, also der ersten Mannschaft dann auch oder der AG, also von allen sozusagen. Und Michael Gentner dachte dann, vielleicht kann ich dann den NLZ-Direktor beerben. Weiß ich nicht, das ist jetzt reine Spekulation, muss man dazu sagen.